Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seiya und heute zeige ich euch wie ihr nur mit wenigen Klicks euch ein Velo oder Fotoequipment versichert könnt. Das Video ist in Zusammenarbeit mit LINX entstanden. LINX ist eine neue Schweizer Versicherung, die euch erlaubt, Sachen nur dann zu versichern, wenn ihr es auch wirklich braucht. Das heisst, ihr zahlt auch nur für dann, wenn ihr es wirklich braucht. So, heute gehen wir nach unten, in der Lensereide, biken. Und für das will ich jetzt kurz mein Velo versichern, dass dann, falls etwas passiert, auf den Trails oder so, dass es dann auch deckt ist. Jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euch ein Velo oder Fotoequipment versichert könnt. Auf der Seite von LINX unter meinen Gegenständen habe ich dann so meine Sachen gesichert, wie zum Beispiel mein Handy oder mein Velo hier. Wenn ich jetzt gleich mein Velo einschalte, denn das brauche ich definitiv. Mein GoPro nehme ich auch mit. Dann das objektiv nehme ich mit. Das und das habe ich dabei. Und natürlich meine Hauptkamera. Das Handy brauche ich selbstverständlich auch. Und dann kann man das ganz einfach hier bestätigen. Und dann ist das mit einem Klick versichert. Und jetzt kommt es los vorbei zu sein. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020